Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der Miniserie Rentier-Baby, die seit dem 11. April auf Netflix ist und die gerade so durchgestartet ist, denn so richtig viel Werbung gemacht wurde dafür nicht oder hast du es irgendwie was gesehen, Max? Ja, also auf der Startseite, wenn man draufklickt, dann hat sich da dieses Wortgeschöpf Rentier-Baby bei mir ein bisschen ins Auge gebrannt, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt in meiner Bubble irgendwie gehört hätte, ey, komm, guck es dir an oder so. Ja, also ich habe auch tatsächlich im Vorfeld nichts davon mitbekommen. Ich hatte auch nicht so, dass mir Netflix jetzt proaktiv wirklich vorgeschlagen hat. Netflix schlägt mir immer Sachen vor, wo Netflix glaubt, es gefällt mir, obwohl es das nicht tut. Und bei mir war es wirklich so, ich habe dann irgendwie durch Zufall diesen Titel gesehen. Rentier-Baby. Okay. Dann habe ich es erstmal nicht registriert, sondern habe ich in den Wirren und Irrungen des Internets eine kurze Zusammenfassung gelesen, wo gesagt worden ist, das ist so ein bisschen wie, als ob britische Comedy trifft auf Misery. Und dann dachte ich mir so, das ist denn gut. Dann habe ich der Serie eine Chance gegeben und war dann doch ein bisschen verblüfft, denn Misery, ja, sehe ich drin so ein bisschen. Britische Comedy ist auch ein wichtiger Part dieser Serie, aber doch ist sie dann schon anders, als ich es erwartet habe. Aber was hattest du denn für Erwartungen? Ich meine, ich habe dir ja diese Serie empfohlen, das heißt, vielen Dank. Ja, danke, danke, danke. Ja, so bin ich, ja. Ich wollte dir jetzt gerade danken, jetzt hast du es versaut. Schade. Ja, was habe ich erwartet? Also vom Namen her klang es tatsächlich ein bisschen so wie so eine der 27.000. skandinavischen Horrorcrime Psychoserienkiller Miniserien. Sowas in der Art hat man dann auch erwartet. Wahrscheinlich skandinavisch wegen dem Rentier. Hat sich dann irgendwann mal ergeben, dass ich dann auch mal gegoogelt habe, was das überhaupt ist. Und ich glaube, das Spannendste daran ist, es ist ja eigentlich ist die Serie so eine kleine One-Man-Show, die auch als Comedy-Programm vor, glaube ich, Prä-Corona-Zeiten noch irgendwie aufgeführt wurde, auch unter dem Namen Rentier-Baby. Also sprich, der Hauptdarsteller Richard Gatt hat das, was jetzt als Miniserie rauskam, praktisch, glaube ich, als Comedy-Programm irgendwie aufgeführt. Wie auch immer das aussehen mag, keine Ahnung. Aber dann jetzt auch die Serie mit Netflix zusammen, glaube ich, auch produziert. Er spielt die Hauptrolle, er ist, ja, da an allen Ecken und Enden beteiligt. Und ich habe da die Frage wahrscheinlich damit nicht beantwortet. Ich habe auch schon vergessen, was ich gefragt habe, wenn ich ehrlich bin. Was ich erwartet habe. Und so im Prinzip, kurz geantwortet, eigentlich eher einen seichten Krimi. Und was dann kam, ist eigentlich so ziemlich, also der Krimi-Anteil ist null. Es spielt ein bisschen Polizei mit. Aber eigentlich ist es doch eher Drama und Thriller gleichzeitig irgendwo. Ja, ich hatte mich so ein bisschen erinnert gefühlt an letztes Jahr, an diese Miniserie Beef, die auch irgendwie auf den ersten Blick was sehr Komödiantisches hat und auch durchaus komische Momente besitzt. Das besitzt auch Rentier-Baby, aber die dann doch ganz anders war. Und wo ich dann rausgekommen bin nach der Sicht und dachte, okay, ich habe so ein bisschen was gelernt über Menschen. Oder ich habe wieder eine gute menschliche Geschichte gesehen mit all ihren Facetten und wie absurd teilweise das Menschsein sein kann. Auch wie dramatisch und tragisch. Und genau das bietet auch Baby Rentier. Ich glaube tatsächlich, das ist keine Serie für Leute, die die schnelle Unterhaltung suchen. Wobei man sagen muss, es sind glaube ich sieben Folgen. Und ich glaube, wenn man die hintereinander guckt, so wie du es getan hast, bist du glaube ich auch etwas unter vier Stunden auch durch. Also es ist nicht Ewigkeiten lang. Und es ist eben auch relativ stringent erzählt. Also ich meine, da sind keine großartigen Schlenker drin. Ich glaube, man hat in der Mitte einfach mal so eine Erklärfolge, die dann so ein bisschen die Vergangenheit des Hauptdarstellers beleuchtet und dann auch, sage ich mal, eine andere Dose öffnet, die alles ein bisschen schwerer verdaulich macht. Sprichwort vierte Folge, die du gestern auch als Uiuiui bezeichnet hast im Discord. Und ja, also so an sich, ich würde sagen, der Vergleich zu Beef ist in der Hinsicht ganz passend, weil man eben schon Menschen beim Leben zuguckt und die auch in gewissen Extremsituationen handeln und auch, sage ich mal, sehr viele Entscheidungen treffen, die man als Außenstehender erst mal so, hä, warum machst du das so? Wird aber dann immer gut erklärt, was die Beweggründe sind. Beef ist aber trotzdem, merkt man schon ein bisschen durch und durch, eher, ja, ist besser, ich will nicht sagen hochwertiger und auch nicht besser produziert. Es ist einfach A24-iger. Und Rentierbaby fand ich jetzt doch ein bisschen... Europäischer. Ja, und ich weiß jetzt nicht experimenteller, ob man das sagen kann. Ich glaube, dass alle Folgen auch von der gleichen Regisseurin inszeniert wurden. Nee, nicht ganz. Ich glaube, bei einer war eine andere. Aber es hat eine sehr konsistente Inszenatorik, das stimmt schon, ja. Ich finde, Beef war auch länger, glaube ich. Tatsächlich, Beef hatte, glaube ich, dann insgesamt acht Stunden oder so Laufzeit. Und vor allem Beef war auch Verkünstelter einfach. Also alleine, dass bei Beef die Folgen so, hier hat es so kommentiert, so Namen hatten wie Die Vögel singen nicht, die schreien vor Schmerzen. Ja, klar, da merkt man eben dann schon, welches Publikum, das man dann auch anspricht, die Leute, die, was weiß ich, Mubi auch abonniert haben. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, Leute wie wir, die dann beim A24-Logo Schnappatmung bekommen. Das ist schon ein bisschen so Bait gewesen, würde ich sagen. Und jetzt beim Rentier-Baby, das hat mich doch ein bisschen auch an All of Us Strangers erinnert. So ein paar, da sind viele so Einflüsse, die ich einfach gern mag, waren da drin. Und die waren unerwartet. Und wahrscheinlich der Überraschungseffekt hat das Ganze dann ein bisschen geiler gemacht für mich. So, jetzt darfst du. Wir haben jetzt schon einiges hier rausgehauen. Und ich glaube, man kann schon vernehmen, dass weder Max noch ich jetzt sagen würden, ach, Rentier-Baby, geh weg, nicht gut, nicht gut. Eher im Gegenteil. Was wir aber noch gar nicht gesagt haben ist, worum geht's da eigentlich? Geht's da um jemanden, der ein Rentier adoptiert und dann Vater wird? Nein, es geht um einen Komiker namens Donnie Dunn, gespielt von Richard Gett, auf dessen Erlebnissen auch, wie gesagt, diese Serie beruht. Und der struggelt halt mit seiner Komiker-Karriere und muss sich halt was dazu verdienen. Und er jobbt halt in einem Pub. Und in diesem Pub lernt er halt Martha kennen, die sagt, sie ist Anwältin, hat aber kein Geld und der gibt ihr halt einen Tee aus. Und dann wird sie halt nach und nach anhänglich. Und Donnie findet das ein bisschen seltsam, aber auch nicht schlimm, denn es ist ja auch mal ganz schön, wenn jemand den anderen anhimmelt. Aber nach und nach entwickelt sich daraus halt eben eine Obsession und Martha wird zu seinem Stalker und er versucht, sie loszuwerden. Und wenn man jetzt hier aufhören würde, könnte man sagen, es ist halt so eine typische 0815-Stalker-Geschichte, die ja auch gerne immer genutzt wird für Föhler-Material. Aber ich finde halt, wie es schon heißt, Baby-Rentier geht halt die extra Meile und versucht zu ergründen, wie das, zum einen, wie ist das, eigentlich in der Situation zu sein, dass er ein Mensch ist, der einen wirklich verfolgt, dass man Angst hat, dass man aber sich auch ein bisschen geschmeichelt fühlt. Und das ist halt eben das Absurde oder das Bizarre, weil er findet das ja auch ganz geil eigentlich. Und das macht ja auch Sinn, weil er möchte ja auch auf die Bühne, er möchte ja Komiker sein, er möchte ja, dass die Leute ihm zujubeln. Und bei Martha bekommt er das ja zum Teil. Auf der anderen Seite zeigt die Serie, und da kommen wir glaube ich auch zu dieser vierten Folge, die Uiuiui-Folge, woher das vielleicht kommt, dass dieser Donny halt eben auch diese Aufmerksamkeit sucht oder diese Liebe, möchte ich fast schon sagen. Und es ist halt wirklich, es steckt sehr viel drin, es wird alles so nicht zu Tode psychologisiert, aber es wird dir alles, wie ich finde, ausreichend genug erklärt, dass du dir selbst deine Schlüsse machen kannst. Und wir möchten hier nicht spoilern, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, als dann die letzte Folge kam, so dieses Ende, wo ich dann auch dachte, Holla die Waldfee und alle Achtung, dass man eine Serie mit dem Thema so enden lässt, dafür braucht man, um es auf Spanisch zu sein, sagen, Cojones. Ich finde eh, dass man per se bei dieser Serie sehr viele Entscheidungen respektieren muss, die da schreiberisch getroffen wurden, weil, du hast das erwähnt, es wird hier nicht alles durchpsychologisiert, es wird im Prinzip auch gar nichts so wirklich erklärt, es wird einfach bloß gezeigt. Und wenn man jetzt sagt, welche Entscheidungen die Personen da treffen, die da mitspielen, vor allem der Hauptdarsteller, dass man dann irgendwie in den ersten Folgen schon meint, komm, Junge, wieso, wie kannst du dich da nicht lösen und was sind da die Gründe und das ist doch alles nicht stark genug, dass es dir so schmeichelt und dass du daran irgendwie festhältst und so weiter. Und ich würde fast schon sagen, dass da auch sehr viel Unnachvollziehbares erst mal so in den Raum geworfen wird, aber es wird eben dann auch alles erklärt durch die Bilder und durch die Story und durch die Geschichte und es ist nie aufdringlich, es ist nie irgendwie von oben herab, dass man meint, hey, komm, du musst dir jetzt einen Abschluss in so und so haben, um diese Dinge zu verstehen und es gibt auch keine irgendwelchen kosmischen Zufälle, die für irgendwas sorgen, sondern es ist schon runter reduziert dann auch auf pures Menschsein und vor allem finde ich, wenn du das Ende ansprichst, das Ende sind für mich eigentlich die beiden letzten Folgen, zusammengenommen, weil das Ende beginnt für mich eigentlich bei einer Stelle, wo er dann ins Elternhaus nochmal zurückkehrt. Ja, da muss ich auch sagen, es ist, das war so eine grandiosere Szene, weil jeder, der das schon mal durchgemacht hat, wenn er in irgendeiner Phase seines Lebens, warum auch immer, aber sagen wir mal aus psychologischen Gründen, er war nicht mehr kann und dann zu so einem Hafen, sag ich mal, zurückkommen kann, zu so einem Safe Spot und wie gut das tut und das zeigt diese Serie auf so unaufgeregte und so ehrliche Art und Weise und ich konnte das so gut nachvollziehen und auch dann, wenn er den nächsten Schritt dann geht und sich dann wieder aus dieser Sicherheit löst, weil das Leben muss halt einfach irgendwie weitergehen, du kannst ja auch nicht in Ewigkeiten da bleiben, aber das war so eine tolle Szene und sowas Menschliches, das ging mir wirklich richtig nah, also da muss ich schon ein paar Mal schlucken. Ja, also tatsächlich, selbst ich als Steinmensch bin da ein bisschen aufgeweicht. Achso denn Granit. Ja, so ein bisschen, ich bin zu Kalk geworden oder ich weiß nicht, was ein weicherer Stein ist, aber das ist, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen so eine Kunst und ich habe mich im Nachhinein auch gefragt, ob das vielleicht unter Umständen der große Vorteil ist, dass da eben nur eine Person, so diese kreative, oder das Drehbuch, die Story und alles, dass das alles aus einem Gehirn kommt und auch mit sehr viel autobiografischen Dingen zu tun hat und eben deswegen so nah ist, wo ich dann auch sagen muss, Respekt, dass man sowas dann überhaupt öffentlich raushaut, oder ob das einfach Talent ist und Talent ist ja auch einer der Gründe, wieso er dann überhaupt in so eine bedrohliche Lage dann irgendwie gezogen wird, die Figur. Ja, ja. Auch sowieso, wie er mit seiner Sexualität umgeht, ja, der ist ja in der Hinsicht auch relativ unsicher, aber es wird nie so verkauft, so dass es was Schlechtes ist, dass er unsicher ist. Er hat ja auch eine Beziehung zu einer, ich weiß gerade nicht, transsexuellen Person? Ist das richtig? Transfrau. Ich bin mir gerade unsicher, ob das, ja, ne, ja. Und das wird auch so, das wird halt, ich meine, ich weiß jetzt schon, vermutlich ist das schon passiert, dass Leute irgendwie wieder was von dover Wokeness schreien, aber ganz ehrlich, so unaufgeregt habe ich sowas selten gesehen, dass das erzählt wird. Also es hat einfach, er hat sich in sie verliebt und sie ist in ihn und sie ist halt eine Transfrau und er ist halt keine Transfrau, also who cares, ne, also das finde ich sehr schön. Sowieso, wie der Film seine Figuren zeigt und inszeniert, ähm, ich klingt, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber diese von Jessica Gunning gespielte Martha, also eine Stalkerin. Ja, so, ja, genau, ne, ja, stimmt, ne, die ist halt, die folgt halt keinem Schönheitsideal oder die, die, die passt halt nicht in ein Schönheitsideal. Das ist halt eine, eine ältere, übergewichtige Frau, so, ohne es werpen zu meinen, aber sowas siehst du halt einfach ganz, selten. Ja. Und der wird auch so viel Raum gegeben, also, das ist jetzt falsch gesagt, ja, übergewichtige Frauen viel Raum gegeben, ja, ganz toll gemacht so. Ähm, ja, ne, aber, ähm, die wird niemals so, so, das wird niemals von der Serie gezeigt, die ist einfach, die ist einfach so, wie sie ist, weil sie fett ist, um es mal ganz böse auszunehmen, ja, ähm, 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 und das hat mir gefallen, das ist, das ist eine Serie, wo Menschen rumlaufen, wo ich auch glaube, dass es die so gibt, das ist halt keine Stalker-Geschichte, wie sowas edel, trash-mäßiges, wie heißt die Serie, You, weißt du, wo einer schöner ist als der andere, äh, Baby-Rentier, da geht es halt, halt ja um Menschen und das sieht man auch und das fand ich ganz fantastisch. Ja, ne, also diese, äh, die Stalkerin ist, würde ich sagen, eine ganz durchschnittliche Person, die, ich würde auch sagen, ähm, da, da, da gehört ja dann wahrscheinlich auch ihr, ihr Aussehen, Erscheinungsbild und alles ein bisschen zu der Vergangenheit, die sie hatte mit dazu, weil, äh, man ja dann doch im Laufe der Zeit, merkt, dass sie natürlich selber komplett Probleme hat, irgendwie im Leben klar zu kommen, wenn man, äh, es gibt da Szenen, die dann auch ihre Wohnung zeigen und wie sie, wie sie, äh, wie sie haust, wie sie lebt, äh, was sie macht und wo man dann auch einfach, also irgendwann mal macht's beim Gucken einfach Klick, dass man, dass man sagt, ja klar, natürlich, die ist in ihrer Obsession dann irgendwo gefangen und ihr Gehirn dreht sich nur noch um eine, einzige Sache und, äh, lässt sie auch dann verkommen, sozusagen und lässt sie auch nicht mehr raus aus ihrem eigenen Käfig und es ist ja auch schön, dass du da nie eine Täter-Opfer-Rolle im eigentlichen Sinn gezeigt bekommst, sondern du musst dir das schon auch beim Gucken ein bisschen mit erarbeiten, weil ich meine, es wäre was Einfaches, wenn du da jetzt den Stalker irgendwie zeigst, der dann von Folge über Folge immer böser wird und dann richtig zur Bedrohung wird, das hat man auf eine gewisse Art und Weise auch, aber definitiv nicht so, wie es auf dem Reißbrett dann, im Normalfall konstruiert wird. Also ich hatte mit der Stalkerin, was heißt hier, Mitleid. Ja, ich weiß, dass du meinst. dass du die irgendwie kicken wolltest oder so, weißt du? Ja, also sie wurde halt nie so als Antagonistin dargestellt, sie wurde schon hin und wieder als Bedrohung dargestellt, es gab schon so Szenen, wo die Serie auch klar macht, dass es gefährlich sein kann, das darf man nicht vergessen, auch gerade eben nicht nur für ihn, sondern auch für seine Umwelt, für seine Umgebung und das hier auch natürlich auch Schuld dafür ist, dass einige Sachen in seinem Leben nicht mehr funktionieren, so wie früher, aber es wirkte halt immer so, dass beide Personen, also der Gestalkte wie die Stalkerin, immer so ein bisschen so Mangelexemplare, um es mal so zu sagen und dass sie deswegen auch irgendwie so sich angezogen fühlen, weil man muss ja auch sagen, wenn ihr sie kennenlernt, du hättest das ja ganz, also ich finde, von außen betrachtet merkst du relativ schnell, dass mit dieser Frau irgendwas nicht stimmt. Also wenn sie halt erzählt, sie ist Top-Anwältin und sie hat aber kein Geld, um sich ein Tee zu kaufen oder wenn er diese Fotos sieht und selbst ich als Laie erkenne sehr deutlich, dass sie ihren Kopf da auf diese Fotos einfach draufgeklebt hat. Aber irgendwie wirkt es auf mich, gerade wenn man eben seine Geschichte dann auch kennt, wie jemand, der jemanden sucht, der vielleicht genauso beschädigt ist wie er selbst. Ich meine, das spielt ja komplett in die Karten, weil sie himmelt ja jetzt keinen Star an, sondern es ist ja ein erfolgloser Comedian, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und das ist eh schon irgendwie so eine ganz eigenartige Prämisse, weil Stalken eben in unserer Gesellschaft sehr oft die, ja immer diese Starverfolgung auch irgendwie hat, dass du dann, keine Ahnung, Taylor Swift auflauerst oder solchen Geschichten, sondern es gibt es halt im Umfeld, im einfachen Umfeld genauso, dass du deinen Nachbarn stalkst oder irgendwas. Ja, es ist schon echt fies. Er tat mir auch oft leid, weil er ja irgendwann auch in der Situation ist, dass er selber nicht mehr weiter weiß, aber dann halt eben den in Anführungszeichen Fehler macht, dann doch noch eher so Wutgruben irgendwie vorzulegen. Das ist halt so, also es ist so gleichsam absurd, aber so im Rückblick kann man ihn schon verstehen, warum er es macht. Das ist wahrscheinlich auch so das Einzige, was ich als Kritikpunkt an der Serie vielleicht gelten lassen könnte, wenn irgendjemand sagt, ja, ja, da war so die, warum macht er dies und das? Da müsste ich dann mit so einem ganz klassischen Satz kommen, schau erst mal weiter bis zum Ende und bilde dir dann deine Meinung, was ich eigentlich recht ungern mache. So dieses typische Breaking Bad, ja, das fängt erst in der dritten Staffel so richtig an. Ja. Wobei, da muss ich auch sagen, also wie gesagt, für mich ist so der zentrale Punkt, wo sich alles so von meiner Perspektive auf mein Showmann hat, war die vierte Folge, die auch unglaublich wichtig ist. Ich glaube, die dauert auch länger als die anderen Folgen. Die gehen alle so um die 30 Minuten. Die vierte Folge, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde. Aber es ist nicht so, dass die Serie bis dahin irgendwie langweilig ist oder öde oder uninteressant, ganz und gar nicht. Die ist schon wirklich gut gemacht, der Richard Gatt, wie gesagt, der hat so eine Art, er wirkt so schutzbedürftig, aber er hat auch trotzdem sowas, er hat etwas Lustiges an sich. Weißt du, was mich der erinnert hat? An den ganz jungen Mark Hosemann. Ja, ja. Also Mark Hosemann, wer es nicht kennt, ist der, der bei dieses Discounter, den Kineil da hat. Genau. Ja, stimmt. Der hat, stimmt, ja. Also. So ein Blick, so ganz einfach, so dieser Blick, ein bisschen dieses Schlurrige, aber komplett sympathisch und. Ja. Wo du auch so sagst, so, du, ich sehe an und ich glaube dir, dass du diesen Traum hast des Komikers und du könntest es vielleicht schaffen, aber was du halt gerade machst auf der Bühne, ist halt einfach nur scheiße. Ja. Wobei man dann eben sagen muss, da hast du dann auch eben die vierte Folge, die dir dann hilft zu verstehen, dass da ja eigentlich im Prinzip auch sehr, sehr viel mehr dahinter steckt und anscheinend auch irgendwie Talent und das vielleicht auch irgendwo das aktuelle Umfeld auch nicht passt oder vielleicht hat ihn eine gewisse Sache zerstört und das irgendwie so gemacht. Man weiß es nicht, da können wir jetzt ja hier so ein paar kleine Cliffhanger irgendwie aufbauen. Also ich würde sagen, Folge 1 bis 3 ist noch wirklich, würde ich fast sagen, ist eher Thriller mit sehr viel Comedy-Anteil. Also ich finde, die Figuren sind dann schon sehr viel oder beziehungsweise die Situation, in der sie sind, sie sind einiges lustiger, lösen sich lustiger auf und ab der vierten Folge sieht man das dann alles irgendwie mit einem anderen Auge und ich glaube, das macht vielleicht auch ein bisschen was her, dass es doch ein Genre-Mix ist irgendwo, der einem aber dann doch nicht so aufs Auge gedrückt wird. Ja, ja. Und vor allem ist es auch so schön inszeniert oder erzählt, seine Unsicherheit, die er ja immer schon hatte, also auch in der Vergangenheit wirkte er immer so unsicher und wie das dann eben dann quasi auch zu seinem Verhängnis wird, weil diese Unsicherheit ja quasi immer auch sich so, glaubt, er muss jetzt einfach das tun, was er gar nicht tun möchte oder er braucht das, was er eigentlich gar nicht braucht. Das tat mir auch immer sehr leid. Sowieso muss ich sagen, also er und sie, also eine Stalkerin, die Martha, die taten mir leid, ohne aber, dass wir jetzt so abdriften in so einer Art Edenspornografie. Ja, nee, also das hast du nicht, du hast auch, bei dem, was ich zu Beginn schon irgendwie angesprochen habe, wenn man dann ihr Leben dann irgendwie durchleuchtet, hat man dann auch nie irgendwie so das Gefühl, also sie haben es jetzt nicht irgendwie so extrem gezeigt. Du weißt, was da in ihrem Kopf losläuft und wieso die Wohnung unaufgeräumt ist und solche Dinge. Aber, ähm, du hast jetzt da keine, was weiß ich, ähm, was hätte man da, so Fotowände von irgendwelchen Leuten, die sie anhimmelt, wie es halt immer normal dargestellt wird. Da kommst du das erste Mal in die Wohnung der Stalkerin und dann ist alles zugekleistert mit, mit Psychoscheiß. Das hast du bei ihr einfach nicht. Sie schreibt 150 Mails am Tag und ich meine, eine Sache, die mir echt super gut gefällt, sind immer, auch an der Inszenierung sind, dass dann immer wieder Textnachrichten zwischendurch so als Szenentrenner irgendwie eingespielt werden. Send from my iPhone. Die man dann irgendwie liest und anhand, die sind dann schon immer so ein bisschen, wie so ein kleiner Wetterbericht. Montag, 17 Uhr, Martha ist gerade ein bisschen durch den Wind oder man sieht, Martha ist gerade glücklich oder und so weiter und so fort. Anhand der, einfach nur der Textnachrichten, wie sie geschrieben sind. Ja, also stimmt. Ja, tolle Serie, oder? Ja, also ein kleines Highlight. 2024. Also ich habe in diesem Jahr zu Beginn des Jahres oder was Ende letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, The Curse gesehen und an alle, die The Curse auch gesehen haben, so diese Unruhe, dieser Cringe-Faktor, das ist in der, ist jetzt bei Rindtier Baby genauso. Also war zumindest bei mir so, ich bin dann auch Hände vor dem Gesicht zusammenschlagend, die ersten Folgen da gesessen und habe mir gedacht, Leute, Leute, Leute. Aber das ist eben was, das Interessante ist, es ist schon dieses, dieser Cringe-Faktor ist schon drin, aber der, der, der wandelt sich ja nach einer Zeit. Ja, genau. Wenn du halt, wenn du dann irgendwann verstehst, warum sie so handeln, wie sie handeln, also vor allem er, dann, dann verstehst du halt auch einfach wirklich diese ganzen Sachen, die zu Anfang noch total, fast schon wahllos erschienen sind, machen die dann halt kompletten Sinn. Deswegen, also wirklich toll erzählt und wie gesagt, sind es die Folgen, das kann man auch relativ schnell weggucken, Max ist der beste Beweis und hat auch keine sonderbaren Längen, würde ich sagen, außer natürlich, er wollte jetzt in jeder Folge große Action und große Gags haben, dann ist es glaube ich ja nicht euer Fall. Nee, aber jede Folge ist anders, jede Folge belohnt einen, wenn man sie anguckt, man ist dann auch immer klüger und am Ende, ja, glaube ich hat man etwas gesehen, ich schätze mal, je mehr Leute das sehen, desto mehr wird auch drüber gesprochen werden und das ist so, auch ein bisschen so, ich würde gerne sagen, Netflix, you've done it again, nach Beef und dann kommt, was weiß ich, was war damals, Squid Game so aus dem Nichts und der Tiger King aus dem Nichts, so immer diese, ich weiß nicht, ob es tatsächlich in die Größenordnung dann reinkommt oder kommen kann, aber mal gucken, auf jeden Fall ist es ein großer Überraschungseffekt, der da erzielt wird, so viel glaube ich, kann man sagen, muss man sagen. Nicht nur ein Überraschungseffekt, auch ein Überraschungserfolg, denn während wir hier gerade reden, ist die Serie gerade in aller Munde, selbst bei mir hat Netflix mittlerweile gemerkt, oh, die Serie ist ja total, das wird mir vorgeschlagen, obwohl ich es schon gesehen habe, das finde ich auch ganz nett. Ja, siehst du mal, vielleicht die erste Serie, die man innerhalb von zwei Tagen zweimal durchbincht. Ja, gut, also ich glaube, Fazit fällen müssen wir jetzt glaube ich nicht, weil wir haben jetzt gerade quasi 25 Minuten lang hier ein Fazit gefällt, also guckt euch die Serie an, die ist saustark, zumindest aus unserer Seite, wenn ihr das anders seht, könnt ihr das gerne in den Kommentaren kundtun oder ihr ruft einfach Max privat an, wenn ihr, ihr habt garantiert alle seine Nummer. Eins, zwei, drei, Isar. Genau. Okay, damit würde ich sagen, sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank da draußen für das baldige Liken und Kommentieren, wo überall da, wo es Podcasts gibt, denn überall dort könnt ihr auch den Tele-Stammtisch finden. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de. Ich sage tschüss, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und Max, das letzte Wort gebe dir. Ja, weil wenn ihr den Tele-Stammtisch nicht findet, dann kommen wir und finden euch. Also, bye bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtischs betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus